ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin hierher gekommen mit dem Gedanken, dass ich HFC WILE helfe und dass ich den HFC WILE versuche, wieder dort hinzubringen, wo sie vor zehn Jahren waren. Granit Lekai hat ja eine Vergangenheit hier beim FC WILE und ist neben Marco Muslim eine Integrationsfigur für die Fans, für die Mannschaft. Und aus dem Grund war es für uns naheliegend, dass wir auf Granit aufmerksam geworden sind. Er hat dann einige Wochen mittrainiert, hat in den Trainingseinheiten und Spielen auch vollends überzeugt und so kam es dann letzten Endes zur Verpflichtung. Es hat mir viel bedeutet, dass ich mir ein Vertrauen geschenkt habe, vor allem der Trainer und auch Moris. Es hat mir viel bedeutet, dass ich jetzt wieder zurückkomme, dass ich der jungen Mannschaft helfen kann und dass ich ein Leader in dieser Mannschaft bin. Granit Lekai ist ein Spieler, mit dem ich lange gespielt habe und er ist ein sehr guter Defender, agressiver auf den Menschen und er sait sehr gut den Ballon rennen. Granit bringt für die Position des Innen- und Außenverteidigers viele Faktoren mit, die im Spiel notwendig sind. Er ist Kopfball stark, er hat eine gute Spieleröffnung, er ist gut im 1 gegen 1 und er hat ein gutes Spielverständnis. Das zeichnet ihn einfach aus und das macht ihn auch stark. Er wird uns viel Erfahrung geben, und er wird uns in diesem Spiel auch viel auffordern, auffordern uns auch viel auffordern, 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 und auffordern. Für diese Saison habe ich mir vorgenommen, dass ich die Mannschaft noch mehr coachen kann als sonst und dass ich in den Spielauslösungen noch ein Tick besser werde. Ich bin im besten Fussballalter jetzt und ich will den Sprung noch arbeiten, ich werde dir sowieso alles geben, und ich will für das Vertrauen, das sie mir geschenkt haben, etwas zurückgeben. Bis zum nächsten Mal.